Was für ein Burger. Sieht ja edel aus. Meiner ist im Vergleich dazu ja winzig. Aber ich bin mir sicher, dass er trotzdem lecker schmecken wird. Die Handschuhe liegen bereit. Also kann's losgehen. Mh, sieht hübsch aus. Ich frag mich, wie er schmeckt. Und, was sagst du? Also gar nicht schlecht. Super, dann will ich das auch probieren. Die langen Handschuhe sind genau das Richtige für mich. Mein Burger ist zu groß. Er lässt sich nicht in den Springbrunnen reinstecken. Ich werd ihn wohl anders übergießen müssen. Na also. Weiter geht's. Du hattest recht. Das schmeckt super. Ich hätte so gerne Nachschlag. Sorry, aber mein Burger ist bereits alle. Das war ein bisschen zu trocken. Meine goldene Cola kommt da genau richtig. Goldene Cola, meinst du? Ich weiß, was ich mit dir anfangen kann. Bitte tauschen. Ich bin reich. Jetzt kann ich mir alles leisten. Voll cool. Das sind ja Fischkonserven. Wie eklig. Also ich mag ja meine kleinen Fischchen. Ich brauch noch mehr Gold. Wow, ein goldener Springbrunnen. Und meine goldenen Fischlein passen da perfekt dazu. Schmeckt vorzüglich. Bloß nicht dreckig machen. Bin ich jetzt etwa dran? Boah, es stinkt ja fürchterlich. Ob die Soße das wohl wieder gut machen wird? Einfach widerlich. Ich muss gleich kotzen. Bloß nicht in meine teure Tasche. Sorry, das war nicht aus Versehen. Hier, kannst du wieder haben. Was für ein riesiger Donut. Und schau dir diese Kristalle an. Mein Donut ist nichts Besonderes. Aber auch an ihm kann ich noch ein bisschen feilen. Schokolade mit Perlen. Sieht doch schön aus, nicht wahr? Aua, die Dinger sind hart. Emma, pass auf deine Zähne auf. Ich hoffe, meine Kristalle sind nicht so hart. Oh, klasse. Oh, die lassen sich kauen. Hier kommt noch Schokolade drüber. Super. Oh, sieht das lecker aus. Eine Banane mit Edelsteinen? Davon hätte ich ja nicht mal träumen können. Ich hätte gern was Edleres. Ich frage mich, was sich unter der Schale befindet. Das ist ein Wurm. Wie eklig. Emma, willst du tauschen? Klar doch, Susie, das ist so großzügig von dir. Unsinn. Mit der besten Freundin teile ich doch gerne. Außerdem gebe ich mich gerne mit einer einfachen Banane zufrieden. Schmeckt übrigens gut. Ich bin mir sicher, das wird klasse. Oh mein Gott, das ist ein Wurm. Hilfe. Wieso hast du damit nach mir geschmissen? Der krabbelt doch gleich in meinen Haaren rum. Das werde ich nicht überleben. Was für nette Lutscher. Aber so ganz ohne Gold. Ist doch seltsam. Scheint, als hätte ich diesmal mehr Glück gehabt. Das wollen wir ja noch sehen. Meine schmecken übrigens richtig gut. Und mit Schokolade schmecken die noch besser. Aber ich brauche erstmal meinen goldenen Hammer. Wieso hast du das denn getan? Ich verstehe das nicht. Siehst du gleich. Ich will mir ein Schoko-Karamell-Dessert rausmachen. Super. Zeit ist zu probieren. Na also, ich könnte glatt Konditor werden. Lecker Schmecker. Oh nein, das war nur ein Stück Pappe. Vielleicht hilft ja die Schokolade. Oh nee, wohl nicht. Okay, dann muss ich mir halt was anderes überlegen. Daraus mache ich einen Becher. Und den werde ich gebrauchen. Ich trinke einfach ein bisschen heiße Schokolade. Super, das hat die Situation gerettet. Nur ein Bonbon? Nicht gerade viel. Ja, ich habe noch weniger bekommen. Das wird mich nicht gerade satt kriegen. Selbst die Schokolade wird mir da nicht weiterhelfen. Aua, wie hart. Ich glaube, das hättest du lieber nicht getan. Das müssen wir dringend neutralisieren. Gefangen. Jetzt noch ein bisschen Magie. Na also, so gefällt mir diese Praline um einiges mehr. Voll cool. Klar, schließlich bin ich ein Profi. Wärmst du dich auf? Oh nein, ich habe das Ding verloren. Oh, so viel Schokolade. Also, wenn du mich fragst, war das gar nicht so schlecht. Ah, vergiss die Praline nicht. Ohne Verpackung sieht das Ding noch besser aus. Willst du die Hälfte davon? Oh, klar. Ist das lecker. Mir ist so heiß. Wir sollten uns dringend erfrischen. Oh, das Eis kommt genau rechtzeitig. Ist das riesig. Die Portion wird mich gut abkühlen. Das Eis schmeckt super mit unserer Schokolade. Freut mich. Du siehst aber aus wie eine Sau. Pappelapapp, probier du mal. Überraschung. Jetzt siehst du nicht viel besser aus. So, also. Bitte sehr. Das war ein guter Treffer. Das nehme ich mir. Lass es uns gemeinsam probieren. Eis mit Schokolade. Nichts geht über diese himmlische Kombination. Schokolade gegen Kaugummi. Mal sehen, wer gewinnt. Ich weiß bereits die Antwort auf diese Frage. Schau dir diesen Schokoriegelautomaten an. Ich bin mir sicher, ich werde was richtig Tolles bekommen. Und ich habe einen Kaugummi-Automaten. Der ist mega schwer. Oh, so viele Kaugummis. Ich liebe es. Jetzt muss ich den Griff drehen. Klasse. Hier ist mein erster Kaugummi. Ich frage mich, wie er schmeckt. Der ist grün. Das schmeckt ja nach Apfel. Und da ist auch noch eine flüssige Füllung drin. Mary, schau mal, wie lang er sich ziehen lässt. Voll toll. Willst du eine andere Geschmacksrichtung probieren? Großartige Idee. Aber der Drehknopf klemmt. Du hast recht. Das funktioniert nicht. Aber es muss doch einen Ausweg geben, oder? Ich denke, den Automaten können wir auseinandernehmen. Probieren wir es mal. Oh, klasse. Es hat funktioniert. Mary, was würde ich nur ohne dich tun? Hier, das ist mein kleines Dankeschön. Jetzt suche ich mir eine andere Geschmacksrichtung aus. Oder ich nehme mir gleich mehrere. Mh, viel leckerer. Ich stopfe mir den Mund voll. Freut mich, dass es dir gefällt. Jetzt bin ich aber dran, meinen Automaten zu probieren. Ich muss wohl auf einen Knopf drücken. Oh Mann, das Ding funktioniert nicht. Oh, ein Twix. Du hast eine gute Schlagkraft. Gut gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so funktioniert. Wow. Jetzt habe ich schon zwei Schokoriegel. Ich mache weiter so. Und noch mehr. Und noch mehr. Wow, du hast ja viel. Ich habe mir Mühe gegeben, um diese Schokoriegel rauszubekommen. Jetzt wird es Zeit, dass ich sie probiere. Das sieht so appetitlich aus. Die Schokolade schmilzt einfach nur im Mund. Ich bin zufrieden. Schon mal so viel Karamell. Und den Twix mag ich für diese knusprigen Kekse. Ich liebe es. Und hier kommt die zweite Runde. Das ist ja so eine Art Schokoladenwahnsinn. Aber ich liebe es. Ich will noch mehr Riegel. Na los, wieso funktioniert das Ding nicht? Ich will mehr. Schwaps. Mary, geht's dir gut? Dieser Schokowahn wird sie noch irgendwann umbringen. Gut, dass ich rechtzeitig aufhören kann. Oh, so viele Kaugummis. Ich kann sie kaum zählen. Das ist ja unglaublich. Schau mal, Kate. Ich habe so eine wunderschöne und zerbrechliche Schokoladenkonstruktion. Ich habe sogar Angst zu atmen. Du musst sie aber probieren, also. Hurra, es hat geklappt. Ich will noch den Rest kaputt machen. Und noch ein bisschen. Das war's auch schon. Ich habe es geschafft. Das hat Spaß gemacht. Jetzt bist du aber dran. Okay, schau mal. Ich habe meinen Turm auch kaputt gemacht. Ich glaube, jetzt können wir das alles probieren. Du hast recht. Verlieren wir keine Minute. Mein Kaugummi sieht wirklich toll aus. Ich liebe die Farbe. So richtig weich und süß. Ich liebe es. Ich kann kaum erwarten, meine Schokolade zu probieren. Die sieht richtig toll aus. Schau mal, wie sanft. Die zerbricht so leicht. Ich liebe den Geschmack. Da haben wir Glück gehabt. Ich habe mir was einfallen lassen. Das ist genial. Ich bin stolz auf dich. Lass uns schneller anfangen. Du hast recht. Ich werfe zuerst. Und du fängst. Okay. Gefangen. Und jetzt tauschen wir. Hey, was soll das? Ich treffe einfach nicht. Was soll das? Mary, halt still. Heute ist einfach nicht mein Tag. Wieso klappt das nicht? Es klappt ein anderes Mal. Du hättest mir gleich sagen sollen, dass du nicht besonders preffsicher bist. Du hast kein einziges Mal getroffen. Gut, dass die Schokolade auf meinem Gesicht gelandet ist. Hurra. Ich liebe Nutella. Und ich habe Kaugummi in der Tube. Gar nicht schlecht. Sieht so ungewöhnlich aus. Sieht aus wie Zahnpasta. Aber ich bin mir sicher, das schmeckt viel besser. Oh, ich hatte recht. Großartig. Sorry, Mary. Aber ich muss dringend ein bisschen nehmen. Sowas habe ich ja gar nicht erwartet. Ich will Nachschub. Mehr und mehr. Oh Mann, meine Tube ist leer. Wie kann das sein? Was hast du vor, Kate? Ich werde die Tube aufschneiden. Ich bin mir sicher, da ist noch was drin. Super. Ich habe es mit dem Finger rausgefischt. Ich liebe es. Mir fehlen einfach die Worte. Jetzt bin aber ich dran. Oh Mann, wie soll ich das Glas öffnen? Es hat geklappt. Noch ein Hindernis. Das wirst du schnell schaffen, Mary. Du hattest recht. Schau, das ist meine Schokopaste. Ist die nicht schön? Ja, aber halt sie mir nicht direkt vom Gesicht. Tut mir leid, aber ich bin so begeistert. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das köstlich ist. Du bist hier gar nicht zu bremsen. Oh, du hast die Sache auf den Punkt gebracht. Mary, du bist ja voller Schokopaste. Wie wäre es denn, wenn wir unsere Süßigkeiten kombinieren? Kaugummi und Nutella? Ein Versuch ist es wert. Fang du an. Ich hoffe, es wird mir gefallen. So weit, so gut. Dein Plan hat funktioniert. Jetzt mache ich eine Kaugummi-Blase. Die wird sicher schokoladig. Das müssen wir unbedingt probieren. Na, Mary, siehst du was? Sorry, ich konnte nicht anders. Ich wollte deine Blase zum Platzen bringen. Das hat Spaß gemacht. Warte, ich schmier dich auch voll. Die Farbe steht dir total. Oh, Kinder-Überraschungseier. Gar nicht schlecht. Was zum Teufel ist das denn? Das sind lange Kaugummis. Die baumeln voll schön, nicht wahr? Ich liebe es. Lass uns keine Zeit verlieren. Ich bin bereit, meine Schokoladeneier zu probieren. Ich hoffe, da ist ein Geschenk drin. Oh, das sind ja zwei Hälften. Mit welcher soll ich anfangen? Mit der hier. Oh, cool. Das ist meine kleine Überraschung. Das Spielzeug will ich aber zusammenbauen. Oh, das ist ja ein kleiner, süßer Bär. Mit einer Krone. Die anderen Spielsachen hätte ich ja fast vergessen. Das sieht auch niedlich aus. Zeig's mir, Mary. Das ist für mich. Vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Mal sehen, was in der anderen Eierhälfte drin ist. Schokokugeln mit cremiger Paste. Super. So richtig sanft. Ich bin begeistert. Das ist ein perfektes Dessert. Ich will gleich mehr davon haben. Da habe ich aber Glück gehabt. Ich will nicht mal den Löffel benutzen. Es klappt. Jetzt bin ich aber dran. Mit welchem Kaugummi soll ich beginnen? So richtig süß. Um den Geschmack zu intensivieren, nehme ich mir gleich mehr Kaugummi. Das ist genau die richtige Menge. Genau das, was ich wollte. Klingt toll. Schau mal, sehe ich aus wie ein Oktopus? Ja, genau wie ein Oktopus. Das macht Spaß. Ich will noch mehr davon. Ich liebe diesen Kaugummi. Ich kriege gar nicht genug davon. Ich wusste gar nicht, dass du so viel auf einmal schaffst. Ich brauche diese Menge, um eine riesige Kaugummi-Blase zu machen. Wow, die ist ja wirklich groß. Vielleicht ist es an der Zeit aufzuhören. Kate, kannst du mich hören? Hier wird es langsam eng. Oh, was für eine Explosion. Ich habe dich gewarnt. Hey, wie geht es dir? Geht es dir gut? Hm, diese Schokolade ist so lecker. Nein, Mary, nicht den Finger gebrauchen. Wir warten auf unsere Süßigkeiten. Oh Mann, das ist doch gar nichts Süßes. Das ist ein Kaktus. Und wieso kriegst du was Leckeres? Ja, Glück muss man haben. Ich habe Glotzer bekommen. Das ist nicht fair. Ich hingegen habe kein Problem damit. Die riechen so toll. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Ups, ich nehme mir gleich zwei. Mega lecker. Hm, und dieses Gummiband hier ist auch noch mega lecker. Und in dem Glotzer ist auch noch Sirup drin. Ach, was du nicht sagst. Steck das Ding einfach in die Schokolade. Wie du meinst. Das wird mega köstlich. Mh, Gummibärchen mit Schokolade. Meine Lieblingskombination. Diesen Spieß habe ich beendet. Aber gut, dass ich noch ein paar habe. Die tunke ich jetzt in die Schokolade. Das sieht mega betätlich aus. Ich werde jetzt wirklich jeden Bessen genießen. Und es ist mir egal, ob Mary was möchte oder nicht. Das sieht so köstlich aus. Mh, das trunke ich auch noch rein. Ah, so ist gut. Und jetzt genießen. Okay, Mary, ich bin fertig. Du kannst weitermachen. Mh, dein Gesicht ist voller Schokolade. Ha, jetzt nicht mehr. Oh, Meno. Wobei, das kann ich noch aufessen. Na gut, sieht so aus, als müsste ich jetzt meinen Kaktus probieren. Ah, der ist ja voll starrlich. Wobei, wenn ich ihn einfach in die Schokolade tunke, vielleicht wird das das Problem lösen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da was abbeißen soll. Nee, ich tum's noch mal rein. Was machst du da, Mary? Yeah, schau dir diese Schokokugel an. Die kann ich probieren. Mh, richtig lecker. Und gar nicht stachlig. Äh, Mary, ich will ja nichts sagen, aber die Stachel sind immer noch da drin. Die könnten nicht gleich pieksen. Welche Liebes. Oh nein, was ist das? Ich hab Stacheln auf der Zunge. Was soll ich denn machen? Hilfe. Na, ich hab dich doch gewarnt, Mary. Gut, dass ich ne Pinzette mithabe. Ich werd dir helfen. Sei doch vorsichtig. Du hättest vorsichtiger sein sollen beim Kaktusessen. Du hast das. Okay, vielen Dank. Gern geschehen. Oh, ne Banane und süße Streusel. Das sieht großartig aus. Du hast mehr Glück gehabt als ich. Oh, erfisch. Oh, da war selbst der Kaktus besser. Ich beneide dich nicht. Lass mich anfangen. Na, komm mal her, du leckere Banane. Lass dich erst mal schälen. Und jetzt kann ich dich in die Schokolade tunken. Banane mit Schokolade, die beste Kombination. Wow, jetzt tunke ich dich auch noch in diese Zuckerstreusel. So ist es auch schön bunter. Und sicher auch viel, viel leckerer. Probieren wir mal. Mann, ist das toll. Gefällt mir total. So will ich von nun an meine Schokolade und meine Bananen immer essen. Das war's. Ich habe alles aufgegessen. Ah, ich habe noch ein bisschen Streusel übrig. Was passiert, wenn ich die einfach in den Schokobrunnen tue? Der Brunnen sieht echt toll aus. Wow, der hat sich verwandelt. Jetzt ist er rosa. Voll cool. Aber leider denke ich nicht, dass mir das mit meinem Fisch weiterhelfen wird. Aber ich werde ihn trotzdem in die Schokolade tunken. Na, jetzt geh mal rein. Sieht schon mal ganz schön schlecht aus. Mal sehen, wie du jetzt schmeckst. Probieren wir mal. Einfach fürchterlich. Ich glaube mir schlecht. Ach, das spüre ich, Kate. Was könnte denn schlimmer sein als roher Fisch mit Schokolade? Arme Kate hat so viel Pech in dieser Runde. Vielleicht kann ich sie irgendwie aufmuntern. Ich hab's. Kate? Hier hast du einen Strohhalm. Was soll ich damit machen? Ah, das ist eine coole Idee, Mary. Wir können die Schokolade direkt aus dem Brunnen trinken. Unglaublich lecker. Da stimme ich dir zu. Wir haben die ganze Schokolade ausgedruckt. Aber dafür war das lecker. High Five. Oh wow, ist das Mais? Muss ich den etwa in die Schokolade stecken? Hm? Was ist das denn für eine unnötige Frage? Schau mal, ich hab Hubba Bubba bekommen. Die schmeckt auch so schon lecker. Und jetzt werde ich die auch noch in die Schokolade tunken. Ich bin sicher nicht in Eile. Fang an. Mal sehen. Oh, das sieht richtig lecker aus. Ich lass die Schokolade direkt in die Packung fließen. Und jetzt schließe ich sie. Und schüttel sie richtig gut durch. Damit das gesamte Band sich mit Schokolade bedeckt. Oh, das sieht richtig gut aus. Jetzt hab ich Schoko-Kaugummi. Das muss ich probieren. Wow, das schmeckt unglaublich gut. Das kommt alles in den Mund. Einfach köstlich. Und jetzt wird's Zeit für eine megagroße Kaugummi-Blase. Das war toll. Aber das war noch nicht alles. Denn ich hab noch einen zweiten Kaugummi. Ab in den Springbrunnen. Ich mach einfach genau dasselbe. Einschenken, schütteln und bewundern. Und dann natürlich mit großem Appetit genießen. Mega lecker. Oh, du isst das voll appetitlich. Oh, und ich mag deine Kaugummi-Blasen. Na, schmeckt dir auch dein Mais? Ich weiß noch nicht. Probieren wir mal. Ich trunke ihn einfach in die Schokolade. Vielleicht schmeckt's ja. Riecht schon mal gut. So lala. Ist zwar kein Kaktus, aber auch kein Kaugummi. Hm, ich glaube, ich weiß, was ich mit diesem Mais anfangen kann. Einen Deckel drauflegen und etwas erhitzen. Wenn ich alles gut berechnet habe, krieg ich jetzt aus dem Mais lecker schmecker Schokopopcorn. Schau dir das an. Sieht das nicht gut aus, Kate? Hm, schmeckt richtig gut. Wenn ich Popcorn habe, kann ich mir dazu auch einen Film anschauen. Ah, das ist ja eine Koch-Challenge. Ich liebe die. Mal sehen, wer gewinnen wird. Wow, jetzt will ich aber auch Popcorn. Solange Marion das Video vertieft ist, kann ich mir was klauen. Aua, das tut weh. Ich hab dir nicht erlaubt, mein Popcorn zu essen. Schau mal, das ist voll lustig. Ja, ja, dann iss doch dein Popcorn. Oh, dieser Schokobon ist einfach zu gut. Wir können nicht widerstehen. Lecker. Hm, hier sind meine Süßigkeiten. Diesmal sind es Oreo-Kekse. Was hast du? Du hast Süßigkeiten und ich hab saure Zitronen. Haha, ich kann mir jetzt schon dein Gesicht vorstellen, wenn du die isst. Hm? Es ist nicht schwer, sich das vorzustellen. Aber ich hoffe, dass die Zitronen nicht mehr so sauer sind, wenn ich die erstmal in die Schokolade getunkt habe. Ich probier's mal. Nein, das schmeckt immer noch sauer. Wieso hab ich so viel Pech? Keine Ahnung, frag mich nicht, Mary. Oh Mann, ich muss noch weiter was abbeißen. Einfach in die Schokolade tucken, Augen zu und durch. Ah, das schmeckt überhaupt nicht gut. Was für ein Elend. Aber okay, ich muss mir die Augen zusammenkneifen. Und das einfach mal schaffen. Du hast recht, das sieht ganz schön blöd aus. Noch ein letzter Bissen. Nein, ich halte das nicht aus. Mary, komm, schon jetzt wein nicht. Hier hast du eine Serviette. Wisch dir das Gesicht ab. Oh, vielen Dank, Kate. Kannst du wieder zurückhaben. Äh, nein, danke. Das brauch ich nicht. Das muss ich wegschmeißen. Gut, dass ich noch diese Oreo-Kekse hier habe. Die werden mir sicher noch die Laune heben. Die Papp-Packung öffnen. Diese Folienpackung rausnehmen. Die auch noch öffnen. Und den Keks rausnehmen. Oh, Schoko-Kekse mit Schokolade. Was könnte da denn besser sein? Die perfekte Schoko-Kombo. Das ist so köstlich. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich werde alle Kekse aus der Packung nehmen. Und sie ordentlich zerkleinern. Da kann ich ein paar meiner Karate-Kenntnisse anwenden. So was gut? Weiter so. Äh, Kate, geht es dir gut? Absolut. Denn hier kommt die geniale Idee. Ich werde die Schokolade einfach in die Tüte gießen. Ein Stäbchen reinstecken und einfrieren. Weißt du, was ich dann bekomme? Keine Ahnung, aber das sieht lecker aus. Warte mal, das kommt ins Gefrierfach. So ist gut. Schließen und abwarten. Alles klar. Jetzt nehme ich das wieder raus. Ich hoffe, alles hat geklappt. Was ist das denn, Kate? Wirst du gleich sehen. Rausnehmen. Folie abziehen. Und voilà. Schon habe ich ein Oreo-Schoko-Eis am Stiel. Mann, ist das lecker. Und das kann ich nochmal in die Schokolade tunken. Schokoladige Schokolade in Schokolade. Ist das gut, aber irgendwie wird mir kalt. Kate, ich glaube, du steckst in Schwierigkeiten, oder? Ist die erfroren? Okay, ich muss dich dringend aufwärmen. Komm schon, du brauchst eine Decke. Das Eis ist so gut. Danke, Mary. Ich freut mich, dir zu helfen. Das sieht so appetitlich aus. Okay, du musst eh nicht mit mir teilen. Wieso nicht? Wir sind doch schließlich Freunde. Oh, was ist das denn? Das sind Marshmallows. Oh, du meine Güte. Oh, nee. Ich habe Stinkekäse bekommen. Da habe ich aber Pech gehabt. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich stecke mir die Marshmallows einfach in die Nase. Jetzt spüre ich deinen Gestank nicht mehr. Komm schon, ess deinen Käse, sonst ersticken wir hier alle. Wieso muss ich das essen? Dazu habe ich überhaupt keine Lust. Ich hoffe, dass wenn ich den Käse erst mal in die Schokolade getunkt habe, er nicht mehr so grausam ist. Wobei, da hat sich echt nichts verändert, oder? Ich probiere mal ein Stückchen. Das ist richtig eklig. Wer hat sich überhaupt diesen Käse ausgedacht? Wieso ist er so schimmlig, so gammlig und so eklig? Ups. Irgendwie fühle ich mich nicht gut. Was für ein Gestank. Jetzt brauche ich aber richtig dringend was Leckeres. Ah, Schokolade. Genau das, was ich brauche. So ist gut. Jetzt bin ich total schmutzig. Ich brauche einen Lappen oder so. Hey Kate, das ist mein T-Shirt. Dafür hättest du auch dein T-Shirt benutzen können. Kate, das geht doch nicht so. Ach wirklich? Hast du was dagegen? Warte mal, du hast auch noch Marshmallows. Ah ja, genau. Danke, dass du mich daran erinnerst. Mh, diesen Spieß tunke ich in die Schokolade. Mh, wie lecker. Ich liebe es. Und nochmal reintunken. Einfach unglaublich gut. Mh, davon möchte ich auch was probieren. Tut mir leid, Kate, aber das schmeckt viel zu gut. Das gehört mir alleine. Mh, echt der Hammer. Oh, hier ist ja noch ein Marshmallow-Stück. Warte mal. Dich kriege ich noch. Angart, Mary. Na warte. Mich wirst du nicht besiegen. Da bin ich aber anderer Meinung. Jetzt gehört dieser Marshmallow mir. Oh, das schmeckt echt gut. Ja, wie auch immer. Ich hab ja diese Marshmallows ganz vergessen. Die kann ich einfach aus der Nase rausnehmen und noch essen. Oh. Mh, riechen gut. Äh, Mary, die hattest du doch in der Nase. Ja und? Die sind trotzdem lecker geblieben. Ich hoffe, uns erwartet was Leckeres. Lass es uns herausfinden. Oh nein, ich hasse solchen Stinkekäse. Ich hab dasselbe. Hey, you. Was für ein Fail. Hm, mein Käse stinkt aber nicht. Mein aber schon. Meine Güte. Ich glaub, ich muss gleich kotzen. Mh, mir geht's besser. Und ich? Wie soll ich bitte schön atmen? Vergiss es, das ist meine Klammer. So kann ich meine Schokolade bestens genießen. Ich bin mir sicher, die muss genauso gut schmecken, wie sie riecht. Mh, herrlich. Hey, you. Kannst du mir vielleicht auch was abgeben? Bitte? Na, gerne doch. Doch nicht. Ausgetrickst. Mann, das ist so gemein. Gar nicht. Das war nur ein klassischer Prank. Cool, nicht wahr? Betty, jetzt bist du dran. Na los, mach schon. Oh nein, ich sterbe da von dem Geruch. Okay, ich muss bloß die Luft anhalten. Es hilft nicht. Jetzt stinkt mein Mund. Wie schlimm ist das denn? Nein, du musst aber weiter essen. Guten Appetit. Ich kann aber wirklich nicht. Vielleicht kann mir etwas Erdbeersirup helfen? Ich probiere mal. Oh no. Das ist nicht fair. Das macht die Aufgabe doch viel zu einfach. Riecht wirklich nicht mehr so stark. Vielleicht schmeckt es auch besser? Nein, gar nicht. Das hast du verdient. Ich habe die Nase voll von dir. Hey, was treibst du? Oh, ich räche mich. Na, wenigstens was Leckeres. Hoffentlich. Lasst es uns herausfinden. Oh mein Gott, das sind Augen. Warte, die sind so groß. Die können doch gar nicht echt sein. Eindeutig. Die schmecken auch noch gut. Genau. Mein Auge ist aus Schokolade. Und mega groß. Jess, schau mal. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will es essen. Oh, wie lecker. So viel Schokolade. Klasse. Ich will auch was probieren. Nein, das gehört mir. Aber ich will doch bloß probieren. Na gut, ich habe mein eigenes. Lecker. Aber ich will Schokolade. Wie könnte ich das schaffen? Ach so. Oh Mann, ich falle. So einfach war das. Jetzt kann ich mich an die Schokolade machen. Lecker. Hallöchen. Oh je. Das hättest du lieber nicht getan, Schätzchen. Ich will nicht mehr. Mit mir legst du dich besser nicht an. Das ist mein Auge. Was ist es? Halt, ich will Erste sein. Ein Schuh? Was soll ich damit anfangen? Ich habe selber Schuhe. Vielleicht ist er essbar? Ih, nein. Der schmeckt gar nicht. Eklig. Tja, was soll ich da sagen? Bla, bla, bla. Vielleicht hast du was Schlimmeres. Na, gar nicht. Mein Schuh ist schöner. Und schmeckt besser. Ich hätte auch gerne so einen. Lecker. Und ein schönes Muster aus Skittles. Hat er auch noch. Gibst du deiner besten Freundin was ab? Nein, lass mich. Ich will doch nur was abbeißen. Ich habe gesagt, geh weg. Ich will doch nur den Absatz. Nein, ich habe gesagt, nein. Geizhals. Bitte. Nein, heißt nein. Dann muss ich zu anderen Mitteln greifen. So, jetzt hast du nichts mehr. Wieso tust du das? Auf meinem Schuh ist auch etwas Schokolade geblieben. Schmeckt gut. Mir ist nichts übrig geblieben. Vielen Dank. Trommelgewirbel und los geht's. Ein Ball? Ich kann noch nicht in meinem Fußball spielen. Ich habe auch einen Ball. Und der sieht viel interessanter aus. Mh, er ist weich. Wie lecker. Der ist aus Schokolade. Ich will auch so einen. Mit dem kann man sowohl spielen, als ihn auch essen. Ups. Ich glaube, ich habe ihn zu hoch geworfen. Er ist zerbrochen. Das heißt, ich kann mir was nehmen? Nein, das kannst du nicht. Er gehört immer noch mir. Schmeckt so gut. Davon kann ich leider nichts abgeben. Was soll ich machen? Ball spielen? Hm, das bringt mich auf eine Idee. Das war nicht stark genug. Nochmal. Was soll das? Die Binn merkt ja gar nichts. Ich habe es. Ich muss nur genug Schwung nehmen. Und das war's. Na endlich. Jetzt gehört die Schokolade mir. Schmeckt tatsächlich. Was war das? Ah, cool. Schokolade. Die gehört mir. Ab unter den Tisch. Ich frage mich, wie es weitergeht. Oh, das ist ein Kätzchen. Schau, wie süß es ist. Goldig. Und riecht süß. Wie so Schokolade. Wenn deiner Schokolade ist, was habe ich dann wohl? Oh, wie süß. Ein echtes Kätzchen. Ist ja niedlich. Darf ich mal? Nein, Finger weg. Das gehört mir. Wie auch immer. Ich habe meine Schokokatze. Ich habe was Feines für meine Mieze. Katzen lieben Milch. Oh, sie trinkt bereits. Und ich könnte etwas für meine Schokolade gebrauchen. Schau, meine Schokomieze trinkt auch Milch. Cool. Wie eine echte Katze. Schokomöch. Schon, aber es steckt ein anderer Sinn dahinter. So schmeckt sie gleich viel besser. Sieht appetitlich aus. Ich würde auch gern was probieren. Genau, weil das sehr gut schmeckt. Ich könnte es auch als Becher benutzen. Mann, voll cool. Ich habe in dieser Runde nichts zum Naschen. Aber ich kann was anderes machen. So, jetzt habe ich eine königliche Mieze. Klasse. Ich glaube, die dreht durch. Kuckoo. Cool. Und ich möchte mit einer Cola beginnen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Was? Eine Cola? Das ist doch kinderleicht. Ich nehme mir einfach eine Cola aus dem Supermarkt. Ich will die unbedingt öffnen und probieren. Ich hoffe, die wird nichts dagegen haben. Oh, ist das lecker. Ich liebe Cola. Mist, hier ist nichts mehr da. Dann werde ich doch noch was selber machen müssen. Ich habe eine Idee. Ich lege einfach ein paar Tafeln Schokolade in einen Topf und lasse sie schmelzen. Na also. Ah, das tut ja weh. Voll heiß. Ach, meine Kleine. Du brauchst doch spezielle Handschuhe dafür. Hier, so wirst du dich nicht mehr verbrennen. Dankeschön. So, jetzt kippe ich die flüssige Schokolade in die Flasche. Emma wird sicher denken, dass das Cola ist. Das war noch nicht alles. Hier kommen noch ein paar M&M's rein. Aber wie soll ich das Ding öffnen? Ach, du Kleines. Du musst doch die Handschuhe ausziehen. Ah, ja, du hast recht. Vielen Dank, Oma. So, die Bonbons öffnen und reinschütten. Oh, das sieht ja wirklich köstlich aus, aber überhaupt nicht gesund. Cola ist überhaupt nicht gesund. Blaubeeren und Honig. Das ist viel besser. Ich werde die vermischen und was absolut Erstaunliches erhalten. Oh, ich liebe Honig. Der ist richtig schön gesund. Und jetzt Hauptsache gut umrühren. So, in etwa. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt stelle ich die Flasche in den Kühlschrank und warte etwas ab. Ich kann so lange was stricken. Ah, das ist doch alles völliger Unsinn. Ich muss ein köstliches Getränk mit ganz anderen Zutaten zubereiten. Ich fange mit rosa Nutella an. Ich weiß, die lieben doch alle. Und daraus mache ich eine essbare Flasche. Und da können wir jetzt alles Mögliche reingeben. Wie wäre es denn mit etwas Torte und Schlagsahne und Erdbeere und noch mehr Schlagsahne? Jetzt muss ich diese Flasche nur noch zusammenbauen. Tada. Guten Appetit. Das ist auch viel zu schwer. Meine Schokokola ist auch fertig. Hä? Wo ist denn die Oma? Ich habe einen ganzen Pullover gestrickt, während ich gewartet habe. Oh, meine Cola ist auch schon bereit. Zeit, dass ich sie meiner Enkelin gebe. Oh, ich bin ja ganz alt. Ich habe das Etikett vergessen. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nun, es ist Zeit, meine Cola zu probieren. Ich fange mit der hier an. Die sieht aus wie das Original. Ah, da scheint was drin zu sein. Ich hoffe, es ist was Leckeres. Genau so ist es. Das ist ja eine Schokokola mit meinen Lieblings-M&M's drin. Ah, die schmecken einfach wunderbar. Gefällt mir. Und jetzt probiere ich die anderen Colas. Die hier in der Mitte ist die nächste. Oh, wow. Da ist ja was zähflüssiges drin. Ich hoffe, das schmeckt auch. Ach du meine Güte. Das ist ja so eine Art Sirup. Hm, Honig mit Blaubeeren. Meine Oma weiß, was ich mag. Okay, hier bleibt noch der letzte Kandidat. Hm, was für eine schöne rosa Flasche. Wow, da scheint ja ein Kuchen drin zu sein. Das werden wir gleich herausfinden. Ich muss einfach die Flasche aufschneiden. Tatsächlich ist es eine Torte. Ist das köstlich. Chefkoch raus, du gewinnst. Das war doch klar. Schließlich ist das mein Job. Diesmal sollt ihr mir meinen Burger machen. Ein Burger? Ach, das schaffe ich gut. Was, ein Burger? Das ist doch total schlecht. Ach, Susi hat noch nicht einmal zugehört. Nun, dafür werden wir weniger Konkurrenz haben. Ich fange natürlich mit der Bulette an. Die mache ich mit meinen eigenen Händen. Mit all meiner Liebe für meine Enkelin. Na, wer macht denn sonst, wenn nicht die Oma ein herzförmiges Ding? Okay, jetzt braten wir das. Ich bin gleich wieder da. Eine Bulette. Ich mache sogar die Brötchen selber. Außerdem wird jedes Brötchen eine andere Farbe haben. So ein Burger hat das Mädchen sicher noch nie probiert. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Und so lange nehme ich mir einen Gasbrenner. Ah, ich bin wieder da. Ah, das riecht ja gut. Emma wird sicher nicht widerstehen können. Wow, riecht ja toll. Moment mal. Müssen wir etwa schon kochen? Oh, ich werde das doch nicht schaffen. Ich muss einfach einen McDonald's Burger bestellen. Emma liebt den. Gut, dass die Lebensmittel so schnell vor Ort sind. Jetzt muss ich nur noch aus diesen Zutaten was zusammenbauen. Oh Mann, wenn irgendwann irgendjemand diesen Burger verkaufen wird, die werden das lieben. Wie kann man nur so ein Fastfood-Mist lieben? Meine Chef-Burger sind nämlich schon fast fertig. Und das sind definitiv die besten, die Emma je gesehen hat. Oh, schaut euch das an. Ist das nicht schön? Warum muss denn ein Burger hübsch sein? Das Wichtigste ist, dass er gut schmeckt. Hier muss man natürlich Seele mit reingeben. Hier fehlt noch ein bisschen Soße. Ich glaube, meiner Enkelin wird das gefallen. Womit soll ich anfangen? Eine Minimistis krabbelt in der Kiste. Oh wow. Was für ein schöner, bunter Burger. Ich hoffe, der schmeckt auch noch. Mh, richtig gut. Aber ich habe auch schon mal bessere Burger probiert. Gehen wir zur mittleren Option rüber? Äh, was soll denn dieser Haufen? Soll ich meine Burger etwa selber zusammenbauen? Nein, Oma, das hättest du machen sollen. Oh, hier ist eine Option, die ich wirklich mag. Ich hoffe, die ist nicht nur riesig, sondern auch noch lecker. Oh wow. Das ist der beste Burger, den ich je probiert habe. Er besteht aus all dem, was ich liebe. Susie, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Yeah, habe ich es doch gesagt, dass dieser McDonalds-Burger der beste sein wird. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal sollt ihr mir Pfannkuchen machen. Ach, das ist doch ein Kinderspiel. Ich mache Pfannkuchen für Emma, seit sie ein kleines Mädchen war. Ich weiß, was sie mag. Natürlich beginne ich mit dem Mehl. Ich habe übrigens das beste Mehl auf der Welt. Hier kommen noch Eier mit rein und etwas Milch. Das alles ergibt einen tollen Teig. Rühren mit der Hand ist doch voll old school. Ich benutze lieber diese Maschine hier. Ich muss einfach alle Zutaten da reingeben. Ich mag keine Milch. Ich gebe da Cola rein. Ich bin mir sicher, die wird Emma gefallen. Und wieso nicht gleich Skittles mit reingeben? Und vergesst diese Doritos nicht. Und ein paar Marshmallows können auch nicht schaden. Jetzt müssen wir alles nur gut vermischen. Die Maschine sollte das verkraften. Ich bin mir sicher, das wird absolut ekelhaft sein. Ich mache hier die beste Pfannkuchenmischung überhaupt. Die ist jetzt schon lecker. Jetzt muss ich sie nur noch in eine spezielle Spritze auffüllen. Und mit dessen Hilfe packe ich sie auf die Pfanne. Oma, du bist eingeschlafen. Hallo, wach auf. Tatsächlich, ich bin ja mitten in der Arbeit. Es wird Zeit, dass ich meine kleinen Pfannkuchen backe. Emma mag Beeren. Also werden meine Pfannkuchen wie kleine Bärchen aussehen. Oh wow, sowas ist mir nicht eingefallen. Ich muss mir doch nicht die Mühe machen. Ich packe einfach alles auf die Pfanne. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen abwarten. Sie sehen auch nicht einmal Hunde essen, so ein Mist. Also meine Pfannkuchen sind viel, viel besser. Vor allem, wenn ich da noch ein paar Früchte draufgebe. Wie wäre es denn mit Bananen und Erdbeeren? Wunderbar. Ich weiß, hier fehlt noch ein bisschen Schokosauce. Die beste Dekoration überhaupt. Das macht die Sache viel leckerer. Was sagst du dazu, Oma? Sieht natürlich interessant aus, aber ich bin mir sicher, dass meine Enkelin die Bärchen auswählen wird. Hier fehlt noch etwas Schlagsahne. Und natürlich noch ein paar Blaubeeren. Sind die nicht süß? Ach ja, ich nehme mir auch noch etwas Schokosauce. Und schon sind das kleine Gesichter. Tatsächlich. Mann, ich muss meinen Pfannkuchen umdrehen. Der steckt fest. Emma, kannst du das Ding auch so probieren? Oh, was soll das denn? Guten Appetit. Oh, das gefällt mir alles. Also alles außer dieses Ding hier. Was soll das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Igitt. Weißt du was? Das werde ich nicht probieren. Das stinkt ja auch noch. Igitt. Ah, das Ding wird mich umbringen. Nein, das geht doch ganz und gar nicht. Hm, ich probiere diese Mini-Pfannkuchen am Spieß. Wow. Mh, voll lecker. Ich mag die gut. Aber jetzt mache ich mich an diese niedlichen Teddys hier. Schaut doch mal, wie süß die aussehen. Oh, das ist einfach mega lecker. Oma, du machst wirklich die besten Pfannkuchen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Na, ich habe doch gesagt, dass meine Enkelin meine Pfannkuchen auswählen wird. Also als erstes möchte ich, dass ihr mir eine Torte macht. Genau so eine wie auf dem Bild. Alles klar, machen wir. Eine Torte? Darin bin ich gut. Hä, was? Ah, eine Torte. Mache ich natürlich, Enkelin. Also, ich brauche eine Schüssel, ein bisschen Mehl, ein paar Eier. Und etwas Milch. Gleich mache ich einen richtig guten Teig. Ah, der sieht ja schon gut aus, nicht wahr, Maggie? Ach, der braucht schon einen Teig, wenn man einfach fertige Kuchen nehmen kann. Na, das ist doch nicht lecker. Was? Was hast du gesagt? Nein, 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 ich mache meine Kuchen selber. Oder um genauer zu sein, die Maschine macht sie für mich. Fertig. Jetzt teile ich den Teig in fünf gleiche Teile und gebe etwas Farbe hinzu. Ich ziehe meine speziellen Handschuhe an und knete den Teig durch. Oh ja, jetzt wird dieser Kuchen einzigartig sein. Ich bitte dich. Mein Kuchen wird auch einzigartig sein. Vor allem mit Erdnussbutter. Die kommt auf den ersten Kuchen. Und dann auf den zweiten. Mh, das wird sicher lecker schmecken. Und jetzt kommt noch etwas Erdnussbutter auf den dritten Kuchen. Mh, das schmeckt richtig lecker. Ich liebe es. Maggie, was machst du denn da? Schau dir lieber meine selbstgemachte Marmelade an. Ach, dieses gesamte Glas kommt in den Kuchen. Wunderschön. Und jetzt kommt noch ein bisschen Teig obendrauf. Mh, so ein nettes kleines Gitter. Wunderbar. Riecht schon mal gut. Jetzt wird es Zeit, den Kuchen in den Ofen zu legen. Bleib mal hier liegen. Und die Oma macht ein Nickerchen. Mh, meine Kuchen sind fertig. Jetzt kann ich die Torte zusammenbauen. Natürlich darf bei bunten Kuchen bunte Creme nicht fehlen. Mh, und die Farbe stimmt wunderbar mit dem Kuchen überein. An den Seiten kommt auch noch Creme drauf. Jetzt streiche ich das alles mit einem speziellen Spachtel glatt. Ach, diese Torte wird die Perfektion selbst sein. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt mache ich einen süßen Regenbogen. Den lege ich auf die Torte drauf. Und noch ein kleines Einhorn. Und an den Seiten klebe ich noch Wolken und Herzen an. Ich glaube, ich habe mich selbst übertroffen. Ah, das ist ja meine Uhr. Der Kuchen ist fertig. Ich hole ihn raus. Riecht super. Ich hoffe, Sophie wird das schmecken. Die Oma ist da. Oh Mann, alle haben so wunderschöne Torten. Und ich? Moment mal, ich habe eine Idee. Ich kippe einfach einen Palm und Ems drüber. Na also, gleich sieht es viel besser aus. Sophie, ich hoffe, es gefällt dir. Wow, so viele Torten. Womit soll ich anfangen? Eine Mene Miste. Mit der hier. Schmeckt irgendwie voll trocken. Da brauche ich eine Cola. Sorry, Maggie. Das ist ja der Erdbeerkuchen von meiner Großmutter. Riecht toll. Schmeckt wie immer wunderbar. Oma, ich liebe dich. Oh, das sieht ja schick aus. Davon will ich sofort ein Stück probieren. Wow, schaut euch diese Regenbogenfarben an. Schmeckt richtig zart und lecker. Und das Einhorn ist köstlich. Wen soll ich denn auswählen? Natürlich die Torte des Chefkochs. Yeah, hab ich's doch gewusst. Diesmal wünsche ich mir Popcorn. Wie im Kino. Wie bitte? Ach so, Popcorn. Ah, das kann ich machen. Oh nein, ich brauche dafür spezielle Körner. Und extra Folienbasen. Da kommen die Körner rein. Und natürlich ein bisschen Öl. Das Beste. Direkt auf die Körner. Und natürlich ein bisschen Lebensmittelfarbe. Die wird mein Popcorn nämlich einzigartig machen. Hier rein und hier rein und hier rein. Jetzt wird's Zeit für meinen Brenner. Passt auf, Körner. Es wird Zeit, dass ihr poppt. Ich glaube, das reicht. Mal sehen, was daraus geworden ist. Oh ja, rot ist Popcorn. Was hältst du da von, Oma? Gefällt dir die Farbe? Na, wie du meinst. Ach, typisch Chefköche. Ich besorge mir meine Maiskörner selber. Fertig. Also, jetzt gebe ich noch ein bisschen Butter in die Pfanne. Wobei, schön viel davon. Der Mais kommt da rein. Und noch ein bisschen Zucker, damit das Popcorn auch schön süß ist. Jetzt schließe ich den Deckel und warte ab. Oh, die Körner explodieren bereits. Na also. Riecht super. Jetzt wird's Zeit für meine geheime Zutat. Ich kippe ein paar Marshmallows auf die Bratpfanne und lasse sie schmelzen. Und in diese Paste lege ich jetzt mein Popcorn. Alle schön umrühren. Und schon habe ich Popcorn-Kugeln. Und zwar ganze fünf Stück davon. Also, unser Popcorn kommt jetzt in eine Schüssel. Ach, was für ein Prachtexemplar. Oh, Sam, das sieht ja richtig lustig aus. Hey, lass das bloß. Ihr seid wie die Kleinkinder. Gut, dass ich Popcorn habe, das sich ganz, ganz einfach zubereiten lässt. Einfach auf der Bratpfanne. Und es kostet mich gar keine Mühe. Ihr könnt was davon lernen. Äh, wonach riecht das denn? Da explodiert doch gleich was. Was? Explodiert? Nein, bloß nicht das. In Deckung. Maggie, was hast du angerichtet? Ach, das war das Popcorn. Ich muss alles wegräumen. Ist hier noch was übrig? Was? Nur dieses eine Stückchen? Tut mir leid, Sophie. Heute bist du wohl auf Diät. Wow, so viel Popcorn. Wonach riecht das denn? Ih, was ist das? Dieses Ding ist ja verbrannt. Das werde ich sicher nicht essen. Oh, hier kommt richtiges Popcorn. Das schmeckt super. Vielen Dank, Oma. Und was ist das denn? Das ist ja eine Popcornkugel. Und die lässt sich in Stücke ziehen. Und schmeckt einfach herrlich. Ja, dieses Popcorn ist eindeutig das Beste. Ja, ich hab schon wieder gewonnen. In der nächsten Runde wünsche ich mir Pfannkuchen. Schafft ihr das? Wie bitte? Pfannkuchen? Äh, wie macht man die denn? Ui, ui, ui. Zeit, zwei Eier in die Milch zu geben. Hm, ich weiß selber, was ich in meinen Teig gebe. Na, wie du meinst, Oma. Und ein bisschen Mehl. Mein Teig wird durch diesen Teigmixer gemixt. Ich bin mir sicher, in dieser Runde werde ich mal wieder gewinnen. Freu dich nicht zu früh. Ich schaff das mit dem Schneebesen genauso gut wie du. Aha, ich muss also mit der Milch anfangen. Da kommt jetzt etwas Mehl rein. Und Eier. Ach, mit den Schalen. Jetzt alles gut. Zusammenmischen. Scheint gar nicht kompliziert zu sein. Dieser Teig sieht ja komisch aus. Muss ich noch mehr rühren? Jetzt kippe ich den Teig in die Pfanne. Das war's. Jetzt brauche ich ein bisschen Nutella. Die streiche ich auf meinen Pfannkuchen. Und lege einen weiteren Pfannkuchen drauf. Oh, perfekt. Was? Was machst du denn da? Hier kommt noch ein bisschen Grün rein. Das war's. Fertig ist mein Set. Alle schön durchschütteln. So noch. Und so noch ein bisschen. Ha, Angeber. Schau, was ich kann. Die Oma kann so einiges. Aber meinen bunten Teig kannst du nicht schlagen. Gleich mache ich nicht nur einen Pfannkuchen. Ich mache Sophies Porträt. Jetzt noch eine Kleinigkeit und fertig ist das Porträt. Was? Die sind schon fertig? Oh, ich habe nur diesen komischen Teig. Ich schütte ihn einfach auf die Pfanne. Es wird schon irgendwas. Na, Sophie, hast du Hunger? Es wird Zeit, dass du diese Pfannkuchen probierst. Lass mich in Ruhe. Ihr schon wieder. Wonach riecht es denn hier? Oh nein, mein schöner Pfannkuchen. Ich muss ihn umdrehen. Gleich kannst du was erleben. Was ist das denn für ein Geruch? Was hast du angerichtet, Maggie? Mein Pfannkuchen ist ein bisschen angebrannt. Wow, da habt ihr euch aber Mühe gegeben. Moment mal, wonach riecht das denn? Oh Mann, das ist ja Maggies Pfannkuchen. Den will ich noch nicht immer anschauen. Wow, bin ich das etwa? Oh, wie cool. Probieren wir mal. Wow, schmeckt einfach herrlich. Warte mal, das sind doch die Pfannkuchen von meiner Oma. Mh, mit Schokolade innen drin. Die schmecken einfach perfekt. Oma, du bist einfach die Beste. Und dein Gericht hat gewonnen. Oh, vielen Dank, Sophie. Ich wusste doch, dass ich die beste Köchin bin. Ja, du bist ein superätten. Du bistはいens. Du bist ja auch immer.